Willkommen beim Tutorial für Bandnudeln mit Hähnchen- und Orangensauce. Die Zutaten. Bandnudeln, Hähnchen, Orange- und Orangensaft. Ah, Nudeln! Also, Brühe. Nichts passiert. Frühlingszwiebeln. Kochcreme. Soßenbinder. Etwas Öl und Süßstoff. Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Gebt das Öl in eine Pfanne und erhitzt es, damit ihr darin gleich das Fleisch anbraten könnt. Während das Fleisch anbrät, solltet ihr es salzen und pfeffern. Wenn das Fleisch von allen Seiten ein wenig Farbe bekommen hat, nehmt ihr es aus der Pfanne heraus, wobei ihr den Bratensaft drin lasst. Dort hinein geht ihr jetzt die Frühlingszwiebeln, alle, und dünstet sie ein wenig an. Löscht die Zwiebeln nun mit der Kochcreme und dem Orangensaft ab. Und kocht alles einmal 5 Minuten miteinander auf. Kocht die Nudeln nach Packungsanweisung. Gebt jetzt die Orangen und das Hühnchenfleisch in die Soße und lasst alles zusammen einmal warm werden. Gebt die Brüllen zu. Kocht alles einmal kurz auf. Salz und pfeffert es dann kräftig. Und bindet es mit dem Soßenbinder. Gebt die Nudeln auf einen Zeller und jetzt von der Soße darüber. Ich wünsche einen guten Appetit. Ich wünsche euch nochmal Jay. Vielen Dank.